Hallo Leute und ich begrüße euch herzlich zu einem ganz neuen Let's Play. Da steht es auch schon. Es ist Portal 2. Draußen ist gerade ein Gewitter, aber das ist mir egal. Ich will Portal 2 spinnen, also tue ich das auch. Und ja, warum Let's Play ich es? Weil ich Lust drauf hab. Und Einzelspieler, ähm... Neues Spiel. Oh, jetzt können wir uns ja sogar schon hier angucken. Ähm... Ja, einfach mal von vorne anfangen, ne? Also ich hab schon durch, also es ist kein Blind Let's Play. Und es ist ein hammergeiles Spiel. Kann man nicht anders sagen. Achso, und wer die Story von Portal 1 nicht kennt, der... Ja, der soll da in die Portal 2 nicht spielen, weil... ...Story von Portal 1 ist schon wichtig. Guten Morgen. Ihr Überstand dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Average Science Test Subjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Yay. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Yay. Gut. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Yay. Ich bewundere Sie. Wunderschön. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, wir lösen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Yay. Klassische Musik. Gut. Kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Bin ich schon. Schlafen. Yay. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Nun, wir möchten... Hallo? Jemand da drin? Teil. Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Hallo? Kannst... Ah! Du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Morgen. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Natürlich geht's mir gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Not-Evakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Festhalten? Äh, ich halte mich. Ich stimme hier auf jeden. Alles klar mit dir da unten? Ja, ja. Hörst du mich? Hallo? Ja, ich hör dich. Überläss. 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 eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. 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 Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktor-Kernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschleunzen vor. Ich hab noch nicht gelesen, was auf dem Bildschirm stand. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ach, das ist doch hier überhaupt nicht. Die Reserveenergie ist alle. Und darum leckt das Überschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Was haben wir noch essen drin? Nein, wie soll ich denn leben? Warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Kein Essen mehr. Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ja, klar, passt du da durch. Äh, ich muss, ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbüren vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Ja, kleiner Zusammenstoß. Das ist übrigens alles unter der Erde. Wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst. Aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus. Klaro? Nichts von wegen Tod und so. Oh ja. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Und? Attacke. Bäm. Gute Nachricht. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Das ist doch keine gute Nachricht. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Aber ein bisschen Geduld. Ich liebe die Spiele. Vor allem wegen der Musik. Hast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Äh... Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich. Du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießruten. Ja, das ist gar nicht mal so tief. Aber, ähm... Springen kannst du gut. Viel Glück! Hallo und erneut willkommen im Apertische Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenzielle apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfall-Tests beginnen in... Drei, Zwei, Eins. Das ist übrigens der gleiche erste Raum wie im Portal 1. Und da sieht man uns. Ähm... Man spielt die gleiche Person wie im Portal 1, so eine Frau, aber man hat halt andere Sachen an. Und hier ist alles ein bisschen zugewachsen. Ach so, und die kleine Kugel gerade war übrigens so greedily. Würfel- und tastenbasierte Tests siefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notfall-Tests ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Sie haben soeben einen Aperture Silence Emanzipationskill durchlaufen, durch den das meiste Material vaporisiert wird. Yay. Oh, ich hält. Ich habe jetzt gar keine Stöpfung gemacht, wenn ich angefangen habe. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals in der Hand brennt, legen Sie sich auf den Rücken und fühlen Sie drüber auf Ihre Stöpfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationskill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Schön. So, das ist einfach. Obwohl Sie das Spielprinzip kennen, wahrscheinlich die meisten. Und ja. Portale. Portale setzen, nicht Portale durchgehen. Portale nutzen. Ja, das ist das ganze Spiel. So, aber noch haben wir keine Portalwaffe, um Portale zu setzen, also können wir nur durch die, durch die schon da sind. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperstampfzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Ich bin nicht so gut in Englisch, aber egal. Also so, und wer ein Portal 1 Let's Play sehen will, für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird, Wer ein Portal 1 Let's Play sehen will, ähm, der kann auf den Kanal von MyCrossOne gehen, den habe ich in meiner Box stehen. Müsst ihr mal gucken, MyCrossOne. Der hat jetzt gerade den ersten Part auch hochgeladen heute. Und, ja, der wird sich bestimmt freuen, wenn ihr da zugucken würdet. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ich finde den Kyle klasse. Und ich würde mal sagen, wir beenden hier auch den ersten Part. Und, ja, ich hoffe, der erste Part hat euch soweit gefallen. Und dann bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.